so wollen wir hoffen dass der letzte ding nicht so weit entfernt ist dann immer seine punkte da ich habe nämlich nicht gesehen dass er geschrieben hätte ich habe gespeichert das ist immer irgendwie ätzend na gut sieht ja nicht so wild aus hier geplättet wir haben die bumme ja munition ist eigentlich schon recht gut zu anfang gleich da kann man schlecht meckern na gut ich spiele jetzt auch vielleicht nicht man normal ist es gut und gerne mal die munition ausgegangen ich hab's ihnen gesagt komm stock man verkauft der kundschaft das paradies und sie erwartet einen dienstbaren erzengel für jede arbeit im reich gottes gibt es keine niedrige dienerschaft ich habe einen mann in georgia der vermietet uns so viele neger häftlinge wie sie transportieren können sie können ja sagen das seien einfache seelen die buße tun weil sie aus ihrem gesellschaftlichen rang ausbrechen wollten was immer ihr gewissen erleichtert mir egal machen wir es uns so einfach wenn sie sich die materie öffnen oh ja noch irgendwelche Fragen Jungs? Sollte das Ding nicht schießen? Sollte es? Na komm, kriegst du noch viel Murmel. Äh... Ja... Okay... Ja, halt die Wangeleiten! Das Teil war nicht nur auf meiner Seite, deshalb... Verstehe... Da ist auch so ne unnütze Kraft da, schon wieder... Ich lauf hier mit Wummen durch... Hier bin ich anscheinend schon gewesen, kann das sein? Geht mir nicht auf den Sack, Jungs! Ja... Ja... Erschießt ihn! Ja... 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 Und dann gucken wir uns doch hier erstmal nochmal um... Achso... Ah... Ja... Okay... Logisch... Dann waren wir hier irgendwie schonmal... Zwangsläufig, ne? Was? Oh... Mit der Kasten. Das muss man Munition abgreifen hier... ja, wenn ich die nicht schon voll hätte aber ok wo bist du denn? feuerabend! die schwierigkeit muss man auch wieder zwischenzeitlich hoch drehen? ah ok, ja, machen wir das doch so, sonst wird es mir irgendwie doch zu einfach hier, wa? nein, ich wollte hier keinen speedrun machen na ihr pfeifen pass mal auf du dreck schwein zeig ich dir scheiße hier äh, aha ja, jede menge moneten hier und so, hier war ich anscheinend noch nicht drin das ist das neue gebiet hier, oder? mir scheint so mir gibt's da einiges zum abgreifen ja, Salz haben wir die Schose kennen wir ja schon na, da kommen wir so durch ok jetzt wird's heiß was ist bloß los? ach du kacke na komm schon ganz beludig bin ich da auch nicht hier, oder? oh jonge 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 Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Hm. Okay. Ich bin hier mal mit Wum rumgelaufen eigentlich. Großartig da diese... Echte Feuergranate... Blafasel da... Was soll's... Oh neee... Geburna... Mensch... Aha... Das sehe ich aber anders... Feierabend würde ich sagen... So... Das zahlt ja bestimmt mal die Zaun für mich... Ja schön... Earth Monation... Oh hier stehen Leichen von Gold... Ja... Salze voll... Ja... Ich brauch den Mist irgendwie auch nicht hier... Was soll der Geiz... Werde ich noch irgendwer mit mir anlegen... Ja... Gar was zu knabbern hier... Ja... Ja... Ha... Tja... Dann... Ich muss sagen sauchen wir mal ne Runde Wein... Und qualmen anscheinend... Zigarettenwander glaube ich... Und ab geht die Reise oder wat... Ribbon... Junge... 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 Dann...달 mal wieder zurück... Schrank ist leer, schöner was zu saufen positionen haben wir voll noch mehr saufen maschinengewehr ja hoffentlich kriegt er so bald das hat irgendwas mit den erweiterungen dazu tun ja freut mich, klasse ja, alles in Ordnung ja, hoffentlich haut die Musik uns nicht den Dings bei da Probleme mit dem, äh, ne? Content ID ja, alles in Ordnung ja, alles in Ordnung Hm. Dümpeln wir hier rum, saufen, rauchen. Oh, ich bin ja schon kräftig am Trinken hier, Aperitiv. Räumen wir noch eure Kasse leer. Sauf ihm sein Whisky weg, während er pennt. Heiskalt. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Da haben wir da. Ja, ist klar. Nachkampfziele werden zurückgestoßen. Oh, dann zack mal her. Mit einem beherrscht der Mensch getötet. Ja, das wird schon passen hier. Oh, das ist nice. Kohle für Voxer-Vorwohner. Geht gegen Handy mal um 50%. Ich hab's Ihnen gesagt, komm. Nach dem Verzerrn ist nächstwäßig 3550% schneller. Stalk. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erz. Okay. Oh. Ausrüstung. Container. 10 10 11 11 Da soll mal einer durchfinden. Ja, warte mal. Schild-Upgrade, ne? Den nehmen wir noch mit. Immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Ah, jetzt geht die Geschichte los hier. Das kann ich ja hier... Da kommt man irgendwie gar nicht hin. Aber hier... Auch nochmal kurzweilig. Und wo ging's da da rein? Immer schön ruhig bleiben da unten, ja? Immer schön ruhig bleiben. Maschinengewehr. Oh. Dumb dogs. Dumb dogs. Aha. Zeig dich. Wollen wir mal sehen. Ist er da oben irgendwo? Dumb dogs. Dumb dogs. Dumb dogs. Dumb dogs. Gidden. Dumb dogs. Oh. ja komm oh mal sehen wie weit ich komme action na guck mal wo er ist ja mach mal seh ich hab dich gesehen geht nur hier weiter hier ach ja 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 hab ich dich wohl erledigt ich hab ihn da leer die Pflänter man 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 schießt aber immer daneben ne bewahren sie ruhe und verschließen sie wenn möglich die Türen der Prophet hat diesen Tag vorher gesehen und ist vorbereitet ja ja nicht wahrlich ist das Gebot der Stunde sondern beten alter Schwede eben so so wollen wir doch mal sehen hier na das war jetzt nicht geplant ja muss ich wohl hier runter bisschen korn hier so ruhig hier schon fast zu ruhig stimmt aber nicht saufen und äpfel essen passt dann nicht wirklich zusammen aber na gut hm holen ja 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 Hm. Okay, also weiter. Gucken, wenn ich leise bin, hier nicht entdeckt werde. Jetzt ist mal war hier Terror gewesen. Naja. Diesmal anscheinend nicht, finde ich lustig. Ah, wahrscheinlich kommt es drauf an, ob sie einen sehen oder nicht. Oh, jetzt geht's ab. Gebt mir Kraft. Lass mich hier nicht raus, Schweinerei. Die pennen oder sind die tot? Die schlafen. Ich mach hier mal eben so eine Hüpf-Session auf dir. Stört dich nicht. Oh, cool. Naja. Oh, Freunde. Dann kommt mal ran hier. Hältst'n davon. Hältst'n. 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 Vor allem geht's nicht dran. Hältst'n. Hältst'n. Ah, Mann! Nicht fertig hier, oder was? Junge, Junge, Junge! Ja, ist schon schnell unterwegs hier! Da oben! Da oben! Der falsche Hirte geht ihr! Da oben! 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 Die Ships kann man sich eigentlich einverleiben, aber na gut! Ja, warum wollt ihr den nicht aufmachen, ne? Dann weglaufen. Ich kann die abschießen. Okay, warum? Er ist weg, oder what? Ich hab da nur ein bisschen an Beinen gekitzelt, Mensch. Na ja. So, dann komm ich wieder raus hier. So. Kisten mit Zeug. Ich lauf erstmal hier oben lang. Mal ein bisschen gucken. Yeah. Schön Feuerwerk machen hier. Das ist das Pferd, alles klar. Na, das haben mich verschossen als Teil an Munition hier, wa? Na, hier gibt's noch was. Alles klar. Pistole hat am meisten Muni. Und jetzt sollte ich, glaub ich. Ja. Ja, lang irgendwie, ne? Jetzt wird's aber düster. Abgespeichert. Alles klar. Wunderbar. Somit verabschiede ich mich dann erstmal.